Mein Name ist Martin Sternsberger. Ich bin der Gründer einer Internetagentur, die auf WordPress spezialisiert ist. Aber heute bin ich in anderer Mission da. Ich nehme mich als Mitorganisator des WordCamp Vienna. WordPress betreibt um die 30% aller Webseiten auf der ganzen Welt. In Österreich gibt es 2000 Leute, die mit der Programmierung von Webseiten beschäftigt sind. Die Community von WordPress in Wien hat um die 1000 und irgendwas Leute und das ist eine gute Idee, haben wir befunden seit 2015 eine Konferenz zu organisieren, wo die Leute inklusive interessierten Bloggern, Bedienern, Leute, die mit WordPress zu tun haben, einfach hingehen können und sich informieren können. Und das machen wir ehrenamtlich. Es gibt rund um den Globus in verschiedensten großen und kleinen Städten WordCamps. WordCamps sind immer stadtorientiert, also WordCamp London, Mailand, Rom und so weiter und so weiter. Und es gibt einmal im Jahr WordCamp Europe. Das WordCamp Europe wird direkt von Automatic oder von dem Verein, den die gegründet haben, organisiert und da kommen so um die 2000, 2600 Leute. Letztes Jahr in Belgrad, extrem spannend, à la von der Stadt her, aber natürlich auch von der Konferenz her. Diese Konferenzen sind immer englischsprachig. Das nächste, sehr empfehlenswert, am 22. Juni, findet in Berlin statt. Berlin ist immer reisewert, oder? Und darum, wir waren sicher, wir waren letztes Jahr mit meinen ganzen Mitarbeitern in Belgrad. Das war ziemlich spannend, war super. Wer von euch benutzt WordPress? Okay, das sind einige. Wer von euch kennt WordPress oder hat schon einmal angegriffen? Super. Du hoffentlich auf jeden Fall, oder? Genau. Dann seid ihr genau die Richtigen für unsere WordPress-Konferenz. Wir haben 2018 das schon gemacht, wir machen seit 2015. 2018 hatten wir 360 Teilnehmer. Wir hatten 22 Talks in drei Tracks mit entsprechenden wirklich sehr super guten Vortragenden. Wir machen das immer 50% ca. in Englisch und 50% in Deutsch und sind damit relativ einzigartig in Europa, weil ich wollte nach Verona fahren und nach, weiß ich nicht, in die Slowakei. Und die haben leider das Problem aus unserer Sicht, dass die immer nur die lokale Sprache sprechen. Jetzt hat Österreich natürlich den Einzugsraum, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Serbien und so weiter. Und deswegen stellen wir das WordCamp in Deutsch und in Englisch zur Verfügung und haben dann das Glück, dass Leute tatsächlich aus London, Belgien und aus Holland zu uns herfahren. Wer kennt zum Beispiel Yoast die Firma? Die, die WordPressler und euch? Die Leute von Yoast kommen zum Beispiel immer zu uns, finden wir extrem cool, halten meistens einen Vortrag. Es gibt natürlich wie bei jedem ordentlichen, bei jeder ordentlichen Konferenz eine Afterparty. Die hat letztes Jahr in der Stiegelambulanz stattgefunden. Wo sie heuer stattfindet, war sie noch nicht, weil das Co-Organisator-Team wird das noch organisieren. Heuer erwarten wir um die 450 WordPress-Enthusiasten, wie gesagt von Bloggern über Experten, alles was irgendwie, oder jeder der irgendwie mit WordPress zu tun hat. Es wird wieder extrem spannende Tracks geben. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir zwei oder drei machen, wahrscheinlich sind es zwei. Und die richten sich wieder von WordPress Beginn an, wo es um Content Marketing geht, wo es um Suchmaschinenoptimierung geht, bis hin zu Experten, wo dann einer sagt, okay, wie programmiere ich denn so ein Plugin? Wir haben zuerst lustige technische Folien gesehen. Mir sagt das was, viele Leute nicht. Die Leute, die es wissen wollen, was da draufsteht, können zum Beispiel zu einem entsprechenden Vortrag zu uns kommen. Die Konferenz findet im alten AKH statt. Das ist ein wirklich sehr netter Campus, wo der große Hörsaal 450 Plätze umfasst und der zweite 250 Plätze und damit haben wir genug Platz, dort das zu organisieren. Am nächsten Tag ist wieder der Contributor-Day. Der Contributor-Day ist für alle die, die gerne mitmachen würden bei dem Projekt WordPress. Hinter WordPress steckt ja keine Firma. WordPress gehört ja uns allen, weil jeder einen Teil mitprogrammieren kann oder Übersetzungen machen kann oder Bedienungsanleitungen schreiben kann. Jeder kann da mitmachen bei dem Projekt. Es ist Open Source und alle die, die sagen, okay, wir möchten das oder wir möchten mitorganisieren oder an der Community teilnehmen, können am Sonntag auch dazu stoßen und dort mitwirken. Und da gibt es dann Leute, die sich gut auskennen und die erzählen dann, wie das geht und was man machen kann. Und das kann wirklich jeder. Also man muss kein Programmierer sein, sondern man kann sich um die Accessibility, also um die Bedienung für Leute, die sehr eingeschränkt sind, kümmern und so weiter und so weiter. Wir hatten im letzten Jahr wirklich tolle Sprecher, wie schon gesagt, von Suchmaschinen-Guides bis zu hin zu anderen Leuten. Ich habe gehört, der Heinz Duschek ist ja der Name, der steht da zum Beispiel in der zweiten Reihe und die Leute machen nicht Karate, auch wenn es so ausschaut, da sind die heute wirklich Vorträge. Tatsächlich. Wir bieten allen Teilnehmern Kaffeepausen mit Snacks und auch ein Lunch. Was es genau wird, wissen wir dann wieder da noch von. Ich werde nur mit dem Salz haben. Genau. Bis jetzt war es immer so, dass wir gehabt haben zum Beispiel ein Hühnercurry und ein veganes Curry. Wir schauen auch, dass wir auf Notwendigkeiten Rücksicht nehmen, dass es was glutenfreies gibt, dass es was veganes gibt und so weiter und so weiter, sodass wirklich jeder teilnehmen kann. WordPress ist sehr inklusiv. Das heißt, wir schauen, dass wirklich jeder kommen kann. Rollstuhlfahrer, schlechthörende Leute, es gibt diese Audio-Loops, die man installieren kann, weil es ja ein Unigelände ist und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was WordPress ausmacht aus meiner Sicht, dass wirklich jeder angesprochen ist und das sehr inklusiv ist. Es gibt tolle T-Shirts. Es gibt eine sogenannte Happiness-Bar. Die Idee von der Happiness-Bar ist, es gibt dort Experten und jeder, der irgendein Problem mit WordPress hat, kann da hingehen mit seinem Laptop und sagen, hey Experte, hilf mir mal, ich habe da, weiß ich nicht, wie geht denn das da, dieses Plugin installieren oder dieses Theme, was ist denn das? Zeig mir das einmal. Und geht hoffentlich happy dort weg. Was ich gesehen habe, der Dominik, der das letztes Jahr gemacht hat, war immer mit einem lachenden Gesicht unterwegs, also es dürfte wirklich was sein, was ein Happy macht. Auch das andere, der das macht. Es gibt wieder After-Party. Wir werden bei der After-Party einen Trink schmeißen, entweder ein Bier oder irgendein Soda. Und es gibt Childcare. Also wenn ihr Eltern kennt, oder selber Eltern seid, dann könnt ihr auch an der Konferenz teilnehmen, weil wir professionelle Kindergärtnerinnen haben, die aufpassen auf die Kinder. Das heißt, ihr müsst jetzt sofort euer Ticket besorgen, ohne Zweifel. Das Ticket umfasst alle diese Services und kostet nur 20 Euro. Warum 20 Euro? Es gibt einen Dachverein quasi, der von der Firma Automatic, die irgendwann einmal WordPress erfunden hat, ins Leben gerufen wurde. Und die sagen inklusiv, jeder muss teilnehmen können, das heißt, das Ticket darf nicht zu viel kosten. Das heißt, maximal 20, 25 Euro. Jetzt ist es unmöglich, ein professionellen Event zu organisieren, mit 20 Euro bei 400 Personen, kann man sie kurz ausrechnen, dann geht es nicht einmal das Essen aus, keine Chance. Das heißt, wir haben ein Organisationsteam, wo zum Beispiel die Ulrike und die Barbara mit dabei sind, von 16 Personen, die alle ehrenamtlich arbeiten und nichts dafür kriegen. Ich habe schon gesagt, ich habe eine Internetagentur, die WP-Stars. Wir machen WordPress-Webseiten, von klein bis groß, von Back- und Ecke bis so etwas Ähnliches wie Weiser, wie wir es zuerst gehabt haben, also kleine Personalvermittlungsplattformen oder Online Musikschule und so weiter und so weiter. Das ist mein Hauptjob. Ulrike und die Barbara haben eine Eventagentur, das ist deren Hauptjob. Und neben dem Hauptjob organisieren wir das WordCamp ehrenamtlich mit. Und da sieht man, das geht bis hin, so wir packen die T-Shirts ein und etikettieren die und so weiter und so weiter. Damit wir das überhaupt machen können, brauchen wir Sponsoren. Auch ein Grund, warum ich hier bin. Wir haben bisher immer extrem tolle Sponsoren gehabt, von Stiegl über Easy Name als Provider, über WooCommerce und so weiter und so weiter. Ohne die ging es nicht. Ein Event in der Größenordnung ohne Sponsoren ist nicht aufstellbar und darum sind wir sehr dankbar und sehr froh, dass wir die haben. Sollte sich natürlich nun jemand unter euch befinden, der gerne das WordCamp sponsern würde, wäre das sehr zu unserer Freude. Wir bieten dafür eine Community mit 450 Leute, die aufmerksam eure Marke verfolgen werden und ihr könnt euch präsentieren mit Rollups oder Tischen, je nach Paket. Es gibt auf jeden Fall einen Blogpost, es gibt auf jeden Fall das Logo auf der Webseite und die Suchmaschinenexperten unter euch wissen, allein der Link von dem Logo auf euren Webseiten ist zumindest das kleine Sponsor-Paket schon locker wird. Also allein das ist schon ein Grund, dass man es sponsern wird. Und ein weiterer Grund, dass man es sponsern wird ist, es gibt am Tag davor ein Speaker's Dinner, wo alle Sprecher und Sprecherinnen gemeinsam sich die Halle anschauen und dann in Ruhe essen gehen und ein bisschen feiern. Zumindest so feiern, dass sie am nächsten Tag noch reden können und da sind die Organisatoren mit dabei und gerne eingeladen. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, das Ticket ist mir zu teuer, die 20 Euro kann ich mir nicht leisten, Sponsor kann ja auch keiner sein, gibt es immer nur die Chance, dass wir am Tag des Events Leute brauchen, die uns da tatkräftig unterstützen, die an der Registrierung stehen und die Karten ausgeben und die T-Shirts ausgeben, die in den Tracks stehen und auf die Uhrzeit aufpassen, weil Vortragende tendieren dazu, die Zeit zu übersehen und so weiter und so weiter und so weiter. Also da braucht man um die 30 Leute. Wenn jemand Lust hat dazu, gibt es auf jeden Fall natürlich ein Gratis-Ticket, man kann sich die ganzen Vorträge anschauen und am Vortag gibt es da so eine kleine Runde, wo man ein bisschen essen geht. Also, holt ihr euer Ticket jetzt, aber damit ihr seht, wie es da zugeht, zeige ich euch noch ein kurzes Video und dann gibt es noch eine kleine Verlosung. Also, quasi kommt mit auf das WordCamp vom letzten Jahr. Kommen wir ein bisschen lauter dran? Wie man sieht, bewegt sich bei Wordpress und bei uns immer total viel. Und deswegen organisieren wir die jährliche Wordpress-Konferenz des WordCamp mit. Und ich habe Leute gefragt, was relevant für euch als Kunden und für den Markt ist. Kannst du mit? Das WordCamp bringt einfach Menschen zusammen. Neuigkeiten, coole Menschen und Spaß. Was toll ist, dass wir etwas dabei sind und etwas ausdrücken können. Also, es gefällt uns sehr gut, muss ich sagen. Ja, ganz tolle Community, wahnsinnig interessante Gespräche geführt. Da geht jetzt wirklich um die User. Es geht um die Community und die User of the WordCamp. Das macht das Ganze so somatisch. Großartig. Das ist eine volle Sache. Hier geht es wirklich um die User. Das ist das System, mit dem wir heute haben. Das wird super organisiert. Echt super. Danke. Meine erste Frage. Danke. Jetzt haben wir gesagt, super. Dann der Speaker. Sparte bis jetzt so. Ja, Sponsor habe ich natürlich die Leute, wo das viel zu mir gezeigt kommt, dass ich mir die Wordregen anher. Also, das heißt, die Bühle wäre persönlich mit den Leuten in den Kindern und das gute Kontakte gekündigt. Das heißt, wir sind ja auch noch relevant, weil das Infos sind, die auf einer oberen Basis sind. Und die müssen das ja auch von mir als Dienstleister erfahren. Und ich muss das auf Rücksicht nehmen. So wie wir gehört haben, es ist ja meine Aufgabe auch darauf zu achten, dass gewisse Dinge wie Datenschutz und das U-Maschick-Aptomierung auch im Design bedacht werden. Das heißt, das ist die Grundlage natürlich. Was wir da mitnehmen können, ist meistens eine Inspiration. Man bekommt immer sehr gutes Feedback aus der Community, was gerade so aktuell ist. Ja, wo es hingeht in Zukunft. Und ja, da wollen wir natürlich vorne mit dabei sein, nicht diskutieren und nicht sprechen. So, das macht immer sehr viel Spaß. Auf jeden Fall das Grundlagekappe. Das wäre eine extrem wichtige Frage. Ich bin jetzt der Leiter der Netzfahrer. Und jetzt würde mich interessieren, was macht die Küche der Küche? Auf jeden Fall die Kontakte zu neuen Menschen. Und ich erfahre extrem viel über neue Sachen, die gerade entschieden werden. Und die Weltanszene ist natürlich ein guter, jetzt ein gewalttes Thema. Und allein diese Einsichten, die sie so haben, gibt ja ganz viele Möglichkeiten, selber die Hand rauszugehen. Bitte, danke nochmal. Jetzt bin ich der Weg. Ich wollte eigentlich nicht nur, was die andere Leute machen, sondern was die für die Wirtschaft und die Gesellschaft machen sollen. Dieses Netzwerk und diese Leute hier wachsen, 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 wachsen. Die Leute haben in Weitungen und hören, was ihre Probleme haben, was sie passiert, was sie gut ist, was sie schlecht tun. Oder auch irgendwas gibt, was sie in seiner eigenen Arbeit. Und wenn es Probleme gibt oder wenn es Bedarf gibt, der Bereich SEO. oder Anforderungen an Wordpress. Dann gibt es immer Leute, die die Banken entwickeln. Oder wo man auch konfrontieren kann, mit denen man dann noch Vorstehen machen kann. Und das hat ein großer Vorteil, weil manchmal haben wir Probleme, die so speziell sind, das wird nur durch ein Netzwerk verläuft. Das bedeutet, dass wir schneller und mehr effizient sein wollen. Die Community, User zentriert und das Rest wird sehen lassen. So, und jetzt wird es immer spannend. Wir haben eure Namen gesammelt. Und alle die, deren Namen wir noch nicht haben, ist jetzt die Gelegenheit, noch ihn hier herein zu geben. Und an der Verlosung teilzunehmen. Wer ist noch nicht drinnen? Wer war, wie das war das? Hast du eine Täterleine gehabt? Hast du eine Täterleine gehabt? Na bitte. Ich nehme einen gelben Zeitpunkt, habt ihr es aber? Nimm den ganz großen. Hat noch jemand Lust ein Ticket zu gewinnen? Jetzt gibt es zwei, also eigentlich gibt es drei Personen im Raum, von denen du fix warst, die haben schon ein Ticket. Also die haben kein Interesse, das zu ziehen. Also wir dürfen auch als Gäste kommen. Du sollst ziehen. Du sollst ziehen, bitte. Ein Glücksfee-Spiel. Ja bitte. Viel Spiel, Glücksfee. Danke schön. Marik Wegscheider. Yeah. Cool. Ines. Ja, ist schon weg, aber... Cool, aber super. Super. Trotzdem. Charlotte Gebhardt. Yeah. Und Daniela Janisch. Yeah. And last not least, Sandra Steiner. Cool. Also gratuliere euch allen. Satz bitte so lieb, schickt mir oder schreibt mir eure E-Mail-Adressen auf. Ihr kriegt von mir E-Mail mit Gutschein-Codes, wo euch dann die Tickets runterholen könnt. Ah, und alle anderen. Please get your ticket. Schreibt. Schreibt noch mal kurz die Uhr auf. Genau. 2019 ist leider ein bisschen kompliziert. Müssen wir es übernehmen. 2019.werner.workcamp.org oder einfach googlen und Sponsor werden oder Ticket kaufen. Danke vielmals. Gibt es Fragen? Ja, ich bin nicht gegangen. Bitte? Da hast du jetzt Sponsoring getragen, wenn ich nicht gegangen bin. Nee, es gibt verschiedene Sponsoring-Pakete, die losgehen, also bei, wenn ich es richtig überhaupt habe, 80 Euro, 250 Euro, 500 Euro, 1000 und 2000 Euro. Das heißt, es ist wirklich für jeden was dabei, der zur Community was beitragen möchte. Danke für die Frage. Andere Fragen? Weitere Fragen? Gut, dann viel Spaß noch. Wo ist denn dein Ding? Wo ist denn dein Ding? Wo ist denn dein Ding? Schickt mir auch die E-Mail-Adresse. Äh, ich schreibe dir. Schreibt mir das auch. Ja? Gut. Ui. Ja. Ja. Ist der frei? Wir machen eine Liste. Na sicher? Doch und liebe ich. Wir machen eine Liste mit E-Mail-Adressen und so. Ja. Das ist richtig richtig. Also wie sollen. So, ich gratuliere allen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Und genau das ist das, wo wir schon auftreten, wenn du leid. Ich bedanke mich für die Minute heute. Ich habe mich, dass ihr scheinert melden. Und freue mich auf den März. Ich glaube, heute am 21. Ist das auch am 21. März? Da haben wir auch schon wieder total spannende Speaker. Wir werden dieses Mal versuchen, die Speaker ein bisschen früher zu bekassen. In diesem Sinne, danke.